Aus dem Bereich analytische Geometrie, Rechnen mit Vektoren, hatte ich wohl noch nicht drin den Vergleich von Ebene, Ebene, wo eine Ebene in Parameterform ist und die andere in Koordinatenform. Ich sage direkt, ich habe zu allen Themen Playlists gemacht, Geraden separat, Ebenen separat, Abstandsaufgaben, Rechnen mit Vektoren am Anfang. Falls ihr noch irgendwas braucht zwischendurch, hüpft einfach da in die Playlists rein, ihr findet das über die Startseite, wenn ihr runterscrollt, da kommt ihr relativ schnell zur analytische Geometrie. Jetzt, wenn ihr eine Ebene habt, also E1, wäre x-Vektor gleich 1, 2, 3, der Ortsvektor, Stützvektor, was auch immer ihr gerade dazu sagt, plus r mal 1, 1, 1 plus t mal 2, 1, 4. Hier kann auch mal µ und lambda, diese griechischen Zeichen, stehen. Das wäre die Parameterform. Wir haben hier zwei Parameter, nochmal nur kurz erwähnt. Ihr habt dann die andere Ebene direkt schon in Koordinatenform. Wer jetzt fragt, was ist denn jetzt nochmal der Unterschied zwischen normalen Formen und Koordinatenformen, ab in die Playlist. Ich habe zu allen Videos aufgenommen, jetzt wirklich nur rein um den Lagevergleich soll es hier gehen. Da habt ihr dann stehen 2x1 plus x2 minus 3x3 gleich 4. Auch hier sei nochmal gesagt, hier kann auch xyz stehen. Das wäre genau das Gleiche. Wie gehe ich jetzt vor? Es ist eigentlich relativ entspannt, wenn ihr eine Parameterform habt und eine Koordinatenform. Ihr müsst euch nur wieder denken, das hier, x-Vektor, steht ja für nichts anderes als für x1, x2, x3 oder xyz. Warum? Wenn ihr hierfür jeweils eine Zahl einsetzt und die Vektoren dann zusammenrechnet, kommt wieder ein Vektor raus. Das würde dann einem Punkt der Ebene im Raum entsprechen. Deshalb kann ich jetzt hier noch folgendes draus machen aus diesem Konstrukt. Ich kann es noch so hinschreiben, wer es möchte. Man kann es auch hinterher überspringen. Plus, ich schreibe extra r mal 1, 1r hin. Ihr könntet auch nur r schreiben. Plus 2t. Dann hier die zweite Reihe. Und die dritte Reihe. So und vielleicht erkennt man schon etwas. Jetzt ist es praktisch wie, man kennt es von damals noch, das Einsetzungsverfahren. Hier steht 2 mal x1 und dafür schreibe ich jetzt gleich das hin. Plus für x2 das Paket. Minus 3 mal und hierfür das Paket. Was passiert? Den Teil hierfür eingesetzt. Plus, hier muss ich jetzt keine Klammer machen. Diese Klammer habe ich gemacht. Wer da jetzt fragt. Wenn man die nicht macht, vergisst man die 2 hier rein zu multiplizieren. Hier ist jetzt, hier würde einmal stehen. Deshalb muss ich keine Klammer machen. Da passiert nichts. Aber jetzt minus 3 mal. Jetzt muss ich wieder eine Klammer machen, weil gleich 4 nicht vergessen. Ein bisschen geschmiert. Hier muss ich wieder rein multiplizieren. So, jetzt. Wie geht es jetzt weiter? Ihr habt jetzt nur noch eine Zeile. Und bei dieser Zeile passiert folgendes. Wenn ihr das jetzt alles ausmultipliziert, dann zusammenrechnet, wird da irgendwas stehen. Ich bin jetzt wieder typisch Mathematiker faul, weil in der Mathematik geht es ja nicht ums Rechnen. Das kriegt ihr schon hin. Da kommt zum Beispiel jetzt raus, was weiß ich, 100 R minus 200 T. Ich schreibe extra hin, falls einer einen Screenshot macht. Ausgedacht. Das werdet ihr schon hinkriegen. Keine Ahnung. Gleich. Und wenn hier die Zahlen rüber, gleich 500. Wie geht es jetzt an dieser Stelle weiter? Das wäre mir jetzt hier in dem Video ein bisschen zu lang. Ich habe es auch schon mal in einem Video gemacht. Ich mache speziell hierfür aber jetzt ein zweites Video, wo ich dann auf die Fälle eingehe. Was ist dann jetzt danach zu tun? Wie interpretiere ich jetzt dieses Ergebnis? Es geht nämlich ja für euch darum, sind die Ebenen echt parallel, identisch oder deckungsgleich? Oder gibt es eine Schnittgrade? Mehr gibt es ja hier nicht an Fällen. Dazu aber dann das Video direkt dazu. Ich glaube, ich nenne das dann 1 und 2. Das war also der Einmarsch. Da solltet ihr eigentlich keine Probleme haben.